Eigentlich haben wir echt eine... Guilty, oder? Ja, komm! Check! Aber wir verlieren bei der Wette beide, weil wir haben nämlich gewettet... Also ich sage, das Dekolleté ist der gesamte Ausschnitt und der Busen ist der Punkt zwischen den Brüsten. Und das ist zwischen der Brüste, das Dekolleté ist schon wie nur das. Und das sag ich ist der Busen, der Raum zwischen den beiden Brüsten. Und was ist dann der Busen? Der Busen? Ja, schau! Das ist nämlich alles falsch und deshalb verliert er. Und der Verlierer muss dem anderen übers Dekolleté lecken, haben wir gesagt. Je nachdem, was es dann ist. Schauen wir mal! Wie ist das Dekolletier da unten? Wie ist das Dekolletier da unten? Mariett剛 pink an fällt mir zwischen mir! Ich vero! Mögen Wilur meinte ist die Montage-F Es geht voll ab hier. Ich hab ein bisschen Schiss gerade von den Fans. Die zwei. Wenn sich zwei treffen, die sich kennen, reden sie sich ein, die Welt sei klein. Doch nein, die Welt ist groß. Es heißt, dass stille Wasser tief sein. Doch an den tiefsten Stellen sind die Wellen hoch. Und wir kommen alle aus dem Wasser irgendwie. Doch was man dir auch sagt, wir saßen nie im selben Boot. Uh! Das ist kostverstraft, gell. Hallo, hallo, hallo! Ich kann den ganzen Tag telefonieren. Bitte. Hallo, Mama. Warum rufst du auf seinem Handy an? Eigentlich müsstet ihr da drauf. Aber das ist immer so weit weg. Vorne. Dieser spricht mich. Willst du Kontakt mit Pöbel? Nein, Mann. I am Hössel. Du bist... Geh mal auf die Bühne, oder? Nein! Bäh! Bäh! Wie geht's? Wisch es weg. Ist ja widerlich. Bäh! Ich wollte sie hier reinigen. Jetzt ist es sauber. Mit deinem Schnierlappe da. Das ist so eine lustige Idee, aber unglücklich. Lass es doch hier spielen. Lass es doch hier spielen. Ich stein zu dem vor der Kirche. Wir sind in den Mittagstädten. Du bist die Macht. Ich schnappst es. Und du musst wieder die Ecke verparallt. Ich bin die Grafstädte. Bitte. Dann also meine Brustdachstücke. Ich schnapp meine Brustdach. Meine Grafstädte. Ich schnapp meine Brustdachstücke. 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 Ein bisschen Nahortagstanzerei, das muss schon ab und zu sein. Wir sind gut Mama, wir fahren mit unseren Fahrrädern durch die Gegend und spielen hier und da ein paar Songs. Wer Lust hat, kann auch mitkommen. Egal ob dunkelblau, lila oder knallgelb, sah ich Blüten, hielt ich sie für Falschgeld. Komischer Vogel, Kopf in den Sand, ein Bild von einem Strauß, keine rote Rose roch interessant. Höchstens bei ner Schlägerei, dacht ich an Feilchen, doch ich war eher die Mimose, der Feigling. Vergiss, mein Nicht war nichts für mich, bin meistens froh, wenn alte Zeiten auch vorbei sind. Allein in der guten Stube, trauriger Anblick, Romantik, Pusteblume. Hab's wie bei Löwenzahn gemacht, schaltete ab, lag im Dornröschenschlaf, es war kalt in der Nacht. Sieht mir gar nicht ähnlich, dass ich irgendetwas pflück, alle paar Meter mich nach irgendetwas bück. Und alles, was ich nehme, trage ich dann zu dir zurück, verrückt. Ich glaub, ich bin verliebt, denn ich mag alle Blumen, alle Blumen, alle Blumen. Alle Blumen, alle Blumen, alle Blumen. Alle Blumen, alle Blumen, alle Blumen, alle Blumen. 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 Zwei Dreierzimmer, zwei Doppelzimmer und ein Einzelzimmer. Und die Doppelzimmer? Nee, ich brauch das wirklich nicht. Ich glaub, es gibt Leute in der Welt, die das wirklich nötiger haben als du. Das ist sehr nett. Ja, aber ich bin dann wirklich mit dem Dreierzimmer cool. Weil ich leg mich eh rein, schlaf und wach in der nächsten Früh auf. Das ist wirklich kein Stress. Das ist auch kein Einzelzimmer. Dreierzimmer und alles. Also wer würde... Also ich mach mal ein Dreierzimmer auf. Wer kommt mit mir in ein Zweierzimmer? Ich mach ein Nichtschnäucher-Dreierzimmer auf. Dreierzimmer gibt's ja. Dwei. Also... Scheiße. Scheiße. Und das Einzelzimmer? Wer hat's denn so nötig, Peter? Also wenn ich ehrlich bin, hab ich alle. Ach Quatsch. Nimm's halt. Aber soll dann ein Einzelzimmer für euch zwei annehmen? Ja komm, nehmt einer von euch das Einzelzimmer. Oder wir machen halt dran. Wie wär's mit Daniel? Das wär doch eigentlich respektvoll. Wir machen so, wer die Wette gewinnt, Peter. Daniel in Einzelzimmer. Warum? Weil du die ganze Kamera machst. Und hier, oder? Ja. Schon noch gar nicht. Ja komm, lass mal hin. Nein. 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 Ja. Wenti. Wenti. Ja schon da... Mit wem bin ich denn im Zimmer jetzt? Also mir drei ist das üblich. Also es müssten normale Doppelzimmer sein. Markus, Pedro... Und du. Normal oder 140? Ach normal? Dann hätte ich auch... Hey, stopp mal. Es gibt noch ein Einzelzimmer. 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 Vielen Dank.